vielleicht sind die sagen sollen dass ich aufnehmen oder wir kriegen keine Session oder wir kriegen scheiß Götter jetzt aber was was hast du geht Sehr kett! Okay. Sehr kett! Was denn? Was denn? Nur ein Guardian? Der Master ist hier! Ja. Es ist wie in Sinti's Street, langsam kennt man so ziemlich alle hier. Und sie sind immer wieder gleich! I am going to save the Earth from its people. I have come ... ... to save the Earth from its people! Ricky, this is Nancy knocking! Ich bin so bescheuert. Die hat's echt nicht mal alle auf der Latte. Gab's nicht mal irgendwas, was vergiftet war? Ah, jetzt hat die sowieso okay. Die Minions spawnen und dann schon bei uns reinlaufen. Das erstaunt mich irgendwie. Ja. So schneller als das kann ich jetzt nicht kaufen. Oh mein Gott, tornte mal. What the heck? Ich getroffen. Wups. Wow. Ura. Falscher Knopf. Nice. Hast du die Schuhe geknabbert dran, was? Was draufkommt, kommt doch wieder runter. Ne, der war vergiftet. Der war vergiftet. Ja, von mir auch. Mein Gift war besser als deins. Ich brauch mal Brille. Ich meine, entschlaffende Leute. So, ich hoffe, der schießt jetzt nicht nochmal. Und so bin ich im aaaaaaallerwertesten. Dort, wo die Sonne nie hinscheint. Ne, jetzt machen die wieder Ringepilz in der Seite, oder was? Tür nicht. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Unsere Gifte sind katastrophal, wa? Ach, scheiße. Oh, danke. Ich wusste nicht. Sorry. Ah. Oh, mein Meister, ich bin dran. Versucht reinzuspringen und bin gegen die Wand gesprungen. Ich muss mal grad was trinken. Wow, ich komm mal kurz in die Fountain rein. Sonst grippier ich. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt während der Aufnahme. Guck halt. Was? Was impertinent... Guck halt. Choran. Mist ist das das. Einбоher. Schönees. Schönees, scheees. wuuh, danke der Raikannolt, ich versuche mich immer umzudrehen, weil ich habe Angst, weil ich kriege einen Rücken geknallt, das habe ich gar nicht gern guckst du lieber, wenn du ja, wenn ich weglaufe hä, die haben die äh, die haben irgendwie neue Zeichen bei der Set oder ist das jetzt einfach das Meon-Zeitalter das Neon-Zeit-Ampfer das Neon-Zeit-Ampfer oh man, scheiße, Rama lieber Rama aufs Brot da hast du was drauf da hast du was drauf gibt's Rama überhaupt noch? doch, oder sind wir so alt? ich weiß es gar nicht ich habe einen Ulze Arsch ich habe einen Ulze Arsch Jetzt kann ich bis zuerst schauen, schon mal nix recht. Alter. Mein Ult ist irgendwie verarscht, kann das sein? Kurz, kurz. Ich hab so aufgepasst und dann hab ich mich erst der Rahmen erschossen. Ich bin unsicher nicht hier ran. Kommen Sie näher, kommen Sie ran heute, letzte Chance, letzte Gelegenheit. Oh, normal, wir hatten noch nicht. Heute ein Schlag für zwei. Denen fehlt einer. Upsi. Wow, was für eine Stichflamme. Hat da jemand Burritos gegessen? Stier! Ach, der Chiron hat gefehlt. Hallo, du. Wow, jetzt war's. Zacki-Koski. Alter, wie weit kann der denn schießen? Ja, das hab ich mich vorhin schon gefragt. Haben die das reichlich erhöht, oder was? Auf jeden Fall hat er mich ordentlich gegrillt vorhin. Mein kleiner Alien-Arsch war ganz schön. Dann kriegst du doch keine Sonne mehr. Nein. Jetzt kleiner Grauer. Oh, das hat auch wehgetan. Oh, well. Mach ich mal Urlaub. Oh, was ist denn? Der, 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 der ... Der, 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 der ... Der, der, ... Der, der ... Der, der, der ... Der, der, der ... Der, der, der ... Wow! Oh, mein Gott. Es war Gift. Was ist das? Oh funny! Der Touchpiece ist im ersten Mal. Hallo. Warte. Wagen! Der erschrickt dann eben. Zu Geier! Der Wagen ist rein. Impressive killing spree. Double kill. Ich gibt's auch echt. Ja, und der wäre mehr Null gestorben, der Rama. Der war eine Flan. Die Flan. Die Flan. Lalalalalala Leiche hier Ist irgend... Das ist echt katastrophal, oder? Ja. Das ist echt so beschissen gerade. Was? Ja, Kapraken, dreh dich halt einmal um, dass du alleine da vorne bist. Ups. Äh, war der vergiftet? Ja. Schaut so aus. Das hat aber ganz schön lang gedauert, bis er geht. Ratho und ich auch Angst sind bereitet. Au. Ah! Mist, 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 Mist. Mist, Mist, ich er. Tschüss, jetzt bin ich in der Zeit. Irgendwie mach ich mein Ult, glaube ich, immer zu kurz. Die springen immer alle raus. Bin ich in der Tür, Kabraken? Ich werde es sagen. Kabraken steht immer mitten in der Tür. Wagen. Das war knapper, als ihr wissen wollt. Ich habe gesehen wie knapp das war. Ich pumpte. Uh. Wahnsinn. Das war knapp. Yep. Das war viel zu knapp. Aber musste riskiert werden. Ja. Sorry, wegen dem Booster. Der bringt sie nebenbei um. Alter Schwede. Der macht sich gar nicht mehr auf hier. Boah, 6622. Und nicht meine 666-Klicks-Szenen. Okay, loser. 22. Aber ich habe Topplayer-Damage. Und ich krieg Friendly. Ach so ein Match. Masch. yogi spiel.